Ist es dir auch schon mal passiert, dass du eine ganz normale Paprika bist und dir einfach dachtest, eine ganz normale süß-saftige Paprika ohne Schärfe und plötzlich fängt dein Mund an zu brennen? Ich hoffe, ich bin da nicht alleine. Kann ziemlich schnell passieren. Oder es kann nur mir ziemlich schnell passieren. Die ganze Familie Capsicum ist sehr groß. Neben den kleinen höllischen Chilis gibt es auch Peperonis, die dann auch oft mal als Gewürzpaprika bezeichnet werden, also die eine etwas geringere Schärfe aufweisen. Manche schauen dann zum Verwechseln ähnlich zu den ganz normalen süßen Paprikas, die ich immer gerne bevorzuge, ohne Schärfe. Denn ich kann überhaupt gar keine Schärfe mehr ab, von daher bin ich da mehr Team süße Paprika. Zu welchem Team gehörst du? Eher so Team Chili, schärfer kann es ordentlich sein oder so wie ich, mehr süße, saftige Paprikas. Nebenbei können wir doch auch Kolumbus danken dafür, dass die Paprikas und Chilis zu uns nach Europa gekommen sind. Warte mal, sollten wir wirklich Kolumbus danken? Hat der nicht einen Völkermord eingeleitet mit seiner Kolonialisierung? Nein, doch. In die Kerbe schlage ich noch nicht rein. Schauen wir uns mal erstmal in dem Video an, wie man denn erfolgreich Paprikas und auch Chilis anbaut. Kapitel 1, das Saatgut. Wie auch in den vorherigen Videos, schau auf die Saatgut-Tüte und auch auf die Sorten-Beschreibungen. Besonders bei den Paprikas gibt es ja unterschiedliche Sorten und Farben und auch Formen. Schärfegrad, dir gerne ein Scoville angegeben. Du kannst vielleicht auch unter anderem vermeiden, dass du meinst, du baust eine ganz normale oder süße Paprika an. Dabei ist es eine Gewürzpaprika mit einer dezenten Schärfe. Oder auch bei den Chilis sehr wichtig, aufgrund des Schärfegrades, weil dadurch auch die Anbauweise bzw. der Zeitpunkt der Vor- und Zucht dann auch ein bisschen variiert. Die Keimfähigkeit des Saatgut ist es dann gut vier bis fünf Jahre. Also, wenn du die Sorten-Beschreibungen gut studiert hast, dann können wir auch gleich zum nächsten Punkt übergehen. Kapitel Nummer 2, wann vorziehen. Der Zeitpunkt der Vor- und Zucht ist allgemein ein sehr umstrittenes Thema in den Facebook-Gruppen und Social Media im Allgemeinen, weil die einen dann schon recht früh mit der Vor- und Zucht anfangen. Mein Liebling ist ja immer die Gurke, die dann schon im Januar begonnen wird, ist meiner Meinung nach auch viel zu früh, selbst wenn man ein Gewächshaus hat oder Folientunnel. Klar gibt es auch manche Leute, die machen es erfolgreich, die haben dann vielleicht ein Winter-Gewächshaus. So, nennt man das so. Oder Wintergarten halt oder Beheizen und auch Formen. Also, das heißt, die schaffen sich auch die Möglichkeiten, dass man dann so früh mit der Gurkenvor- und Zucht beginnt, aber ist halt für die meisten meist nicht zu empfehlen. Da reicht es auch unter anderem März und April. Ich habe aber auch dazu ein eigenes Video gemacht. Bei den Paprikas ist es halt dann so, genauso wie bei den Chilis, dass halt auch hier die meisten März anfangen. Kann man auch gut machen, also zwei Wochen, also zwei Monate vor dem letzten Frost. Und wenn man die jetzt zum Beispiel ins Freiland raussetzt, 15. Mai sollte frostfrei sein und auch eine entsprechende Bodentemperatur von 15 Grad gegeben sein. Und da deckt sich das so, dass man halt so Ende Februar, Anfang März damit auch anfängt mit der Vor- und Zucht von den Paprikas und Chilis. Und nichtsdestotrotz gibt es da auch gute Gründe, warum man dann noch früher anfangen sollte, weil dann sehr viele Paprikas auch eine lange Kulturzeit haben und man halt hier einen guten Ernteilertrag haben möchte, weil er dann ein bisschen vielleicht puffern möchte, ob man einen guten, warmen Sommer hat. Eventuell regnet es dann auch und das ist dann vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Vor allem, wenn man dann auch Saatgut von seinen eigenen Sorten nehmen möchte, sollten die auch vollreif sein. Und da lohnt es sich vielleicht, die Kulturzeit auch ein bisschen zu verlängern. Bei den Chilis besonders, je schärfer deine Chili ist, desto länger braucht sie auch in der Vor- und Zucht, beziehungsweise auch ist die Kulturzeit länger. Wenn du also eine richtig, richtig höllisch scharfe, von Satan höchstpersönlich gezüchtete Sorte wie die Carolina Reaper anbauen möchtest, dann empfiehlt es sich auch Anfang Januar oder auch schon zu Weihnachten, wie ich das gemacht habe, mit der Voranzucht zu beginnen. Hier nochmal vorneweg, ich beginne auch so früh mit der Voranzucht, weil ich auch meine Pflanzen schon im April meist in die Gewächshäuser reinsetze oder auch schon mit dem Verkauf beginne und bei mir halt dann durch die Angebote und Nachfrage die Leute schon so früh die Paprikas haben wollen. Ich deshalb so früh vorziehe, bei den meisten von euch, die es halt wirklich noch nebenbei und hobbymäßig machen, muss das nicht unbedingt sein. Da reicht auch Februar aus, bis auch bei den höllischen Chilis, da würde ich wirklich Januar empfehlen. Kapitel 3 Die Voranzucht Hast du dir jetzt nun einen Termin bei deinem Amt geholt, damit du eine Voranzucht-Genehmigung erhältst? Nein, das kann doch nicht sein. Jetzt hopp, los zum Amt, sonst stehst du noch in der Schlange und wartest noch Jahre, bis du mit der Voranzucht beginnen darfst. Paprikas und ihre Familien gehören zu den tropischen Gewächsen und die mögen es halt auch ein bisschen wärmer. Und besonders bei den Paprikas und auch bei den Chilis ist halt zu empfehlen, dass man eine Keimtemperatur von 25 bis 30 Grad hat. Manche tun das auch künstlich mit einer Heizmatte herstellen, einfach aus dem Grund, je wärmer es ist, desto schneller oder kürzer kann auch die Keimung dann erfolgen. Bei den Paprikas und Chilis ist bei mir so ein bisschen gemischt. Manchmal geht es dann auch so, dass sie nach drei Tagen keimen, recht zügig, sind dann meistens Paprikas, ab und zu mal auch ein paar milde und leicht scharfe Chilis, aber es kann auch bis zu einem Monat dauern, dass sie dann überhaupt mal keimen. Besonders bei der Familie, der dann doch eine recht lange Kulturzeit haben kann, lohnt es sich auch mal so eine Keimtest zu machen. Das heißt, du nimmst zum Beispiel ein Küchenpapier, befeuchtest es, legst da die Samen rein, tust dann das alles in einem Gefrierbeutel rein, legst es vielleicht auf eine Heizung, einfach recht warm und guckst dann, ob die Samen nach einigen Tagen, vielleicht nach einer Woche dann keimen, siehst du dann, wenn sie so kleine Schwänzchen dann bilden, ist dann auch gut, dass dann du hier gleich die Samen direkt in Töpfe reinsetzen musst, dann sparst du dir vielleicht das Pikieren. Was ich unter anderem mache, ist, ich nehme halt so Pflanzschalen und tue dann hier breitwürfig für meine Sorten, die ganzen Paprika- und Chilisorten aussehen, wie ja vorhin erwähnt. Ich tue auch die Pflanzen verkaufen, das heißt, ich brauche eine etwas größere Menge. Wenn sie dann gekeimt sind, wenn sie dann das zweite Blattpaar gebildet haben, tue ich sie dann auch hier pikieren. Pikieren tue ich sie dann schon in etwas größere Töpfe, 8x8x8 oder 9x9x9. Sollte für den Anfang reichen, besonders wenn du etwas früher anfängst, damit du so einen fließenden Übergang hast und sie dann zum Beispiel im April oder Anfang mal dann einfach direkt reinsetzen kannst, ohne sie halt dann mehrmals umtopfen zu müssen. Meine Anzuchterde, wie auch in den Teilen davor, wieder meine eigene Komposterde, die auch auf vielen verschiedenen organischen Materialien zusammengesetzt ist, aus Pflanzenkohle auch, Urgesteinsmehl, bisschen Mist auch und sehr viel Holzreste sind da auch mit dabei. Das lasse ich ungefähr ein Jahr liegen und nutze es dann als meine Voranzuchtserde und habe hier sehr gute Erfahrungen. Pflanzen sind sehr kräftig, Schnecken haben dann oftmals kein Interesse, weil sie so kräftig sind im Vergleich zu Anzuchterde, wenn ich sie mir mal kaufen muss, dann schaut die Geschichte ein bisschen anders da aus. Du kannst ja auch deine Anzuchterde selber herstellen aus Kompost, Sand und auch ein bisschen Humus oder auch eigene Gartenerde. Misch das dann hier zum Beispiel bei jedem Teil ein Drittel zusammen und kannst das hier als Anzuchterde nutzen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Anzuchterde selber kaufen musst, dann schau, dass sie halt auch gute Qualität ist, nicht unbedingt aus Torf besteht. Ich tue dann meine Pflanzen in großen Untersetzerplatten, damit ich sie so unter anderem leichter gießen kann. Und wenn ich sie dann raustrage zum Abhärten, dann kann ich gleich 40 Pflanzen auf einmal raustragen. Das heißt, ich spare mir hier sehr viel Arbeit, jetzt die einzelnen Töpfe rein und rauszutragen. Oder wenn sie halt dann kleinere Platten ist, dann muss ich ja trotzdem mehrmals laufen. Also das heißt, große Platten, bessere Zeitersparnis und auch ein gutes Training. Es kann auch durchaus vorkommen, dass seine Paprikas schon in der Voranzucht beginnen, ihre Blüten zu bilden. Die breche ich raus, weil ich ja am Anfang möchte, dass die Pflanzen ihre Energie ins Wachstum reinstecken und nicht in die Fruchtbildung, weil sonst bleibt die Pflanze dann mehr klein und die Frucht wird dann auch nicht so relativ groß und dann habe ich auch weniger Früchte. Auch wenn ich sie dann später raussetze. Ich möchte, dass die Paprika eine gewisse Größe erreicht und erst dann mit der Blütenbildung auch beginnt, damit ich dann hier die Pflanze gut die Früchte versorgen kann und die Früchte auch größer ist. Das heißt, sie wird ertragreicher. Das heißt, am Anfang ruhig mal die Blüten rausbrechen, damit die Pflanze genug Kraft hat, in ihr Wachstum zu investieren. Achte wirklich darauf, dass deine Bodentemperatur gut 15 Grad ist. Die Paprika, Chilis, genauso wie die Gurken, die mögen keine kalten Füße. Und den Fehler habe ich dann auch oftmals gemacht, dass ich meine Pflanzen zu früh rausgesetzt habe und du dann da das Problem bekommst, dass deine Pflanzen einen Schock bekommen. Also einen Kälteschock und dadurch das Wachstum stoppt und das auch für einige Wochen auch anhalten kann. Und das ist ja nichts in der Sache der Voranzucht, dass wir hier so einen Schock haben. Besonders bei der Kultur, die eine lange Kulturzeit haben und wir möchten ja mit der Voranzucht ja früher ernten und nicht durch so einen Fehler dann einfach unsere Voranzucht, die Zeit, die wir da investiert haben, einfach über Bord werfen. So, Kapitel Nummer 4, Standort. Die tropischen Kollegen sind auch Starkzehrer, genau wie bei den Tomaten und auch bei der Gurken brauchen sie hier einen gut durchlässigen Boden, Humusreich, kannst du auch hier mit Dauerhumus arbeiten, wo du auch hier gut zum Beispiel Bokashi einarbeiten kannst, Pflanzenkohle, Kompost, den du vielleicht selber machst, Mist, auch hier ein bisschen mit Nahtmaßen, organisches Material, vielleicht hast du Laub, Holzhäcksel, Gartenreste, habe auch ein ganz langes Video dazu gemacht, wie du am besten mit dem Murch umgehen solltest, Video werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So baust du dann guten Dauerhumus auf und brauchst dann eventuell auch keinen extra Dünger, weil du halt hier schon mit dem organischen Material und dem Bodenleben dann auch düngst und dann auch effektive Mikroorganismen damit dazugibst, damit dann auch der ganze Prozess beschleunigt wird. Ein guter pH wird für die Paprikas ungefähr 6 bis 7. Sonne und auch Wärme sehr zu empfehlen, damit die Pflanze gut wachsen kann und auch die Früchte sich gut ausbilden kann. Also meine bevorzugte Anbaustelle ist der Fohlentunnel oder auch das Gewächshaus, wo ich das gut gewährleisten kann. Danach kommt wirklich die Topfkulturen, weil wenn ich die in größeren Töpfe anbaue, kommt da die Sonne, scheint von außen auf diesen schwarzen Topf, wärmt sich viel schneller auf. Die Wurzeln haben nur noch die entsprechenden Wärme und da wachsen sie auch dann ziemlich gut und danach kommt für mich erst das Freiland. In der Topfkultur sind die in einem abgesperrten Raum, das heißt neben dem Mulchen kannst du auch hier unter anderem Flüssigdünger einarbeiten, eventuell mit effektiven Mikroorganismen arbeiten oder du baust dir deinen eigenen Flüssigdünger, der halt auch in Hermann Palmer Esches Humosphäre zum Beispiel beschrieben wird. Nimmst da deine Küchenreste, ich habe zum Beispiel meinen Saftrester, mixt das einfach alles mit Wasser, tust dann das Aussieben und mit dem dann deine Pflanzen unter anderem begießen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von circa 70% ist auch zu empfehlen, weil es auch unter anderem dann auch einige Schädlinge vorbeugen kann, wo dann später zu dem separaten Kapitel kommen. Pflanzabstand innerhalb der Reihe gut 40 bis 50 cm und zwischen den Reihen 60 cm hängt aber auch davon ab, ob du die Pflanze eher buschig wachsen lassen möchtest oder vielleicht auch hier ausgeizt. Ich hoffe du hast einen Maßstab dabei, um das Punkt genau auszumessen. Deutsche und ihre Akkuratese. Dass ich das Wort gleich beim ersten Mal richtig sage. Kapitel Nummer 5 Pflegetipps Die Paprikas und auch fortlaufend werde ich hier auch Chilis inkludieren, brauchen einen feuchten Boden, aber auch nicht zu nass wegen der Staunässe, faulen dann die Wurzeln, geht dann die Paprika kaputt. Von daher ist auch regelmäßiges und tiefgründiges Gießen sehr zu empfehlen, damit auch die Pflanze gut wachsen kann und du auch eine ordentliche Fruchtbildung hast. Das kannst du unter anderem gewährleisten in einem Gewächshaus, wenn du zum Beispiel Tropfbewässerung hast, dann wird ja kontinuierlich gegossen. Oder auch mit Olas, die du dann auch in den Boden eingraben kannst, damit du auch hier unter anderem die Wurzeln direkt begießen kannst. Hier auch wieder der Vorteil von dem Mulch, dass halt der Boden bedeckt ist und hier der Boden auch kontinuierlich besser die Feuchtigkeit halten kann. Vor allem in den Dürresommern ist das auch hier für die Paprikas sehr zu empfehlen. Entferne auch konkurrierendes Beikraut. Wie schon oft erwähnt, wegen der langen Kulturzeit von der Paprika würde ich da nicht so viele Behinderungsfaktoren stehen lassen. Du wirst auch bald merken, dass deine Pflanzen sich sehr stark verzweigen werden. Das heißt, es werden sich auch hier Seitentriebe bilden und da gehe ich dann auch so vor, dass ich hier einige Seitentriebe entfernen möchte, damit ich hier eine Übersichtlichkeit habe. Kannst du dir ein bisschen so vorstellen, wie beim Ausgeizen von der Gurke oder auch von der Tomate. Übersichtlichkeit, bessere Luftzirkulation, damit es nicht ganz alles so buschig ist, damit eventuell auch die Früchte nicht so schnell anfangen zu schimmeln, wenn sie da in diesem Dickicht drin sind, sich die Pilzkrankheiten auch nicht so schnell verbreiten können. Und die Paprika wird auch die ganzen Seitentriebe mit deren Blüten nicht versorgen müssen. Das heißt, sie wird, wenn du weniger hast, größere Früchte auch hier herstellen können und weil sie auch besser Licht rankommt, eventuell auch süßer. Wenn du deine Pflanze ausgeizt, dass sie auch weiter in die Höhe wachsen wird, anstelle buschiger zu werden. Da kann es dann schnell passieren, dass deine Paprika dann umkippen wird und da kann dir dann zum Beispiel Pflanzstützen helfen oder du nutzt Tomatenhaken. Du kannst auch die Triebe mit dem Ei befestigt irgendwo anbinden. Wusstest du, dass grüne Paprikas Früchte sind, die eigentlich unreif sind? Mit der Zeit verfärben sich die Früchte. Und bei den Chilis ist es so, je länger die Kulturzeit ist, desto schärfer werden sie. Das heißt, je nachdem, welche Vorlieben du hast. Ich kenne Leute, die mögen die grünen Paprikas viel mehr, weil sie weniger süß sind als die gefärbten Paprikas. Das sind dann unter anderem Diabetiker, die da dazugehören, die dann halt die grünen Paprikas präferieren. Meisten halt dann die vollreifen, süß-saftigen Paprikas, wo ich mich zum Beispiel darunter erzähle, aber da halt die Kulturzeit etwas länger dauert. Also, je nachdem, welchen Geschmack du hast, erntest du halt dann zu diesem Zeitpunkt die Früchte. Kapitel 6. Krankheiten und Schädlinge Zu den häufigsten Schädlingen gehören die Blattläuse und auch die Spinnmilben. Bei den Blattläusen kann dir unter anderem der Marienkäfer helfen. Den würde ich am ehesten versuchen anzusiedeln. Kommen dann auch meist automatisch, wenn man einen ziemlich großen Befall hat. Und es gibt auch sehr viele Hausmittel, die man nutzen kann gegen Blattläuse. Aber die erste Präferenz, die ich habe, ist halt die Nützlinge anzusiedeln. Die kommen halt erst, wenn sie das entsprechende Futter bzw. die Blattläuse haben. Da auch ein bisschen, wenn Ameisen dann auch mitten im Spiel sind, dann kann es ein bisschen komplizierter werden. Vielleicht muss man dann doch etwas nachhellen. Die Spinnmilben können sehr schnell im Gewächshaus auftreten. Die mögen halt mehr so eine trockene Umgebung, niedriger Luftfeuchtigkeit. Von daher ist es auch sehr zu empfehlen, auch begünstigt für die Paprika eine hohe Luftfeuchtigkeit zu generieren, weil auch unter anderem dadurch Nützlinge ansiedelt. Wie zum Beispiel die Galarmücke. Und du kannst auch Raubmilben bei dir ansiedeln. Kann man unter anderem kaufen. Gibt es für einen Bioanbau zum Beispiel. Wird es sehr gerne genutzt, damit du halt die dir erwerbst und dann halt in einem Gewächshaus unter anderem freilässt. Kannst du auch selber ansiedeln, wenn du halt sehr viel auf Mischkultur und Blütenvielfalt wertlegst und vielleicht ein bisschen verwilderten Garten, damit du auch hier diese Nützlinge ansiedeln kannst. Eher selten hatte ich auch mal Kartoffelkäfer an den Pflanzen, z.B. in der Nachtschattengewächse und auch Schnecken. Und bei den Schnecken ist halt das Ärgerlichste, wenn sie halt Löcher in die Früchte reinbohren und die dann halt anfangen zu schimmeln, wenn sie halt wirklich gerade dabei sind, auszureifen. Wirklich so ärgerlich. Ein Video zu den Schnecken habe ich auch schon gemacht. Werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Pilzkrankheiten wie die Blattfleckenkrankheit oder auch Folgendes kannst du vorbeugen, indem du z.B. eine bessere Luftzirkulation gewährleistest, indem du auch deine Pflanzen ausgeizt. Krankheiten passieren ja meistens auch, nur wenn deine Pflanze schwach ist. Und da ist halt der erste Anzeichen, wenn die Pflanze krank wird oder ihr irgendwas fehlt, liegt es ja meistens an einem Boden. Das heißt, hier versuch einen fruchtbaren, humusreichen Boden aufzubauen. Dann ist deine Pflanze auch viel stärker. Und wenn es mal zu einer Pilzkrankheit kommt, dann kannst du hier eine Natronlauge nutzen. Nimm da so ein bis zwei Teelöffel auf einen Liter. Effektive Mikroorganismen 1 zu 10 auf einen Liter. Oder auch Rohmilch 1 zu 10, weil die halt hier Milchsäurebakterien haben, die dafür sorgen, dass ein gewisses Gleichgewicht herrscht. Z.B. bei dem Schimmelpilz. Was? Schimmeln? Nein, it's just a little. Luften und heizen! Luften und heizen! Luften und heizen! Luften und heizen! Ja, schau nicht so dipper an! Luften und heizen! Kapitel 7, Mischkulturpartner. Die Mischkultur ist ein wesentlicher Schlüssel, um halt Krankheiten und Schädlinge auch vorzubeugen. Weil es einige Pflanzen gibt, die bestimmte Gerüche oder Stoffe ausstoßen, die halt dann dafür sorgen, dass die Schädlinge da kein Interesse haben oder auch eventuell abgelenkt werden. Und wenn du eine große Vielfalt im Boden hast, also unterschiedliche Pflanzen, die sorgen alle dafür, dass dein Boden ziemlich gut fruchtbar aufgebaut wird. Also dass du halt in Richtung Dauerhummus gehst. Also der Bewuchs ist auch sehr wichtig. Alles hängt ein bisschen damit zusammen, dass dann die Pflanzen dadurch die Bakterien und Pilze im Boden mit ihrem Zucker aus der Photosynthese füttern und die dann dadurch Nährstoffe und Bekräftigungen von den Bakterien und Pilzen auch bekommen. Also ein richtig guter Kreislauf. Du kannst zu deinen Paprikapflanzen setzen. Basilikum, welchen ich sehr empfehlen kann aufgrund so einer ätherischen Öle, der halt hier Pilzkrankheiten abwehren kann. Bohnenkraut, Boric, Dill, Kapuzinerkresse, Karotte, Knoblauch, Kohlarten, Lavendel, Petersilie, Ringelblumen, Salat, Tagetes, Thymian und auch die Zwiebelgewächse. Mit den Kräutern und Blühpflanzen tust du auch hier andere Insekten und eventuelle Nützlinge ansiedeln. Die Mischkultur kann dir über die Jahre hinweg wirklich sehr viel Arbeit ersparen. Kapitel 8, Vor- bzw. Nachkultur. Die Paprikas und Chilis bauen wir ja über die wärmeren Monate an. Da haben wir noch gut sechs Monate, wo es halt in Richtung Kälte geht. Und selbst da können wir auch Pflanzen anbauen, damit der Bohne ja bewachsen ist. Zum Beispiel verschiedene Salate, also Herbstsalate, Wintertreibhaussalate, Frühjahrssalate, vielleicht sogar als Mischkultur zwischen den Pflanzen. Sommersalate, wie zum Beispiel den Batavia-Salat, den ich sehr gut empfehlen kann. Schnellwachsende Gewächse, wie zum Beispiel den Radieschen. Über den Winter hinweg Feldsalat, der sehr winterbeständig und winterhart ist. Oder auch ganz normaler Spinat. Kannst auch hier mit Gründüngung arbeiten, zum Beispiel Senf oder auch Facelia. Im Winter mit den Wintergewächsen tust du auch gewährleisten, dass deine Pilze und Bakterien auch ein bisschen im Winter von den Pflanzen versorgt werden, wenn es dann mal vielleicht frostfrei und sonnig über den Tag ist. Steht dir nichts mehr im Wege, deine richtig höllisch scharfen Chilis anzubauen und deine Nachbarn, deine Freunde zu bestrafen, weil sie dich die ganze Zeit über dich lustig machen, dich mobben und dich nicht richtig ernst nehmen. Einfach, du ladest alle zu einem schmackhaften Essen ein, machst eine schöne Soße und da gibst du einfach mal ein paar Carolina Reaper Schoten mit rein. Ohne ihnen was zu sagen. Das könnte man auch bei einem Abschiedsessen in der Firma machen, die man sowieso nicht mochte, die ganzen Arbeitskollege und die Arbeit und den Chef. Das beiseite ist dann doch ein bisschen böse und ich möchte nicht wissen, ob das jetzt irgendjemand sieht und es dann auch wirklich macht und dann zum Schluss sagt, ja der Christian, der hat es in den Videos gesagt, dass man das so machen soll und dann kommt es wieder auf mich zurück. Es ist eine uncoole Sache, war nur Spaß. Baut dann lieber Paprikas ganz normal an, süß-saftig, da freut sich bestimmt jeder. Und wer es wirklich scharf werden, haben möchte, einfach vorher fragen und denen dann beglücken damit. Ist Teil einer ganzen Videoreihe, wo auch zum Beispiel Gurken, Tomaten und Melonen gehören. Die Videos findest du unter anderem hier. Wenn du sie noch nicht geschaut hast, kann ich auch nur sehr empfehlen, um erfolgreich auch deine Tomaten, Gurken und Melonen anbauen zu können. Sonst freue ich mich sehr, wenn dir das Video einen Mehrwert gegeben hat. Schreibt mir gerne das. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal auch kostenlos abonnierst, die Glocke auch dabei drückst und auch dem Video einen Daumen nach oben gibst. So, die ganzen Informationen steht ja nichts mehr im Weg für deinen erfolgreichen Paprika- und Chili-Anbau. Kannst mir auch gerne Fotos schicken, wenn es soweit ist. Von deiner Ernte und von den Sorten gibt es so viele schöne Paprikasorten und auch Chilis. Ach, die Welt ist so bunt und vielfältig.